ARD Text im Auftrag von Funk Willkommen Wie spielen wir überhaupt gegen Zerg Zufall Ich sehe schon Doppel Zerg Wir haben nur Oberlochs U4 Gegen Zerg Zufall Das wäre eine coole Frage was ich da spiele Tja weiß ich noch gar nicht Scheide ich spontan Frontan Echse first Starcrafts ich kann das gar nicht mehr das spiel Das ist es überhaupt Wo ist der andere gewesen hab ich gesehen War eh der Oberloch ein roter ne Der rote war Keine Echse Der war eh Zerg Doch eine rote Echse Der rote ist eh Zerg Der andere ist Terano Wurde doch nicht so ne geile Kombi Ne Der kriegst dich selbst an Ist auch geil Dann nehm ich doch ne Echse Gucken wir schon Gas genommen hat der Terano Doppel Gas Fahrzeuge Schiklone Schiklone Ja guck mal so eine schöne Map hier Spielts hier ein paar Schwarmwürde Lässt sie bis rüber fliegen oder so Na das wäre ne Idee ja Nein das wollte ich gar nicht bauen Ach Dann halt nicht Klapp ich nicht auf Scheißspiel Ich spiel Link Bailing mit Wo ist solche Nein ich werde angegriffen Das ist doch kacke Das ist doch kacke Ich glaube ich spiel Flieger Ich glaube ich spiel schnelle Flieger Ja Da kommt schon der erste Reaper Sauter noch Sauter noch Sauter noch Der Reaper Der kann doch machen was er will Das ist doch tot Passen Nö Wie denn Sind wir jetzt drauf oder was Kommt noch eine Drohne von denen Kommt noch eine Drohne von denen Natürlich gesehen was ich brauche und spiele Das ist egal so und so ruhig Wo ist die Drohne? Hast du den erwischt? Die Role von Mähnten beenden sich Im Kampf Ah wisst ich nicht oder was? YIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AAHH schreit's Das ist schnell erwischen, du kannst den Lingen genau. Ich hab Slow-Linge. Alter, diese eine... Hilft so nicht, diese eine Typ hier. Ja, das ist doch für'n Scheiß-Pussy. Jetzt kommst du mal weg. Ihr habt nicht genügend, nicht genügend Energie. Haben wir so'n Map gefahren? Linge, ganz viele Linge. Ja, Linge ohne Ende. Ich hab grad ne Drohnenrunde geschmissen. Oh, zurückhaut er ab, er hätte es so locker geschafft. Er dauert doch nicht ab. Er dauert ab. Nicht genügend Energie. Auch ein Bailing-List, ganz schnell ein Bailing-List. Ich kann das Spiel nicht mehr. sortae. Orakel imfang. Dass sie mich ziehen. Hallo Geht nicht zurück Kommt wieder jetzt gleich Versuchst du in dein Ego zu kommen? Oder der Eimer ab Alle länger verloren Das ist doch gut Da guck mal der hat schon der dritte Gold? Müssen wir hin Komm mit Mit Montionen gibt es alles nichts Da wirst du das gesehen Das ist schön Dass du grad Mule schmeißt Die Verbündeten befinden sich im Kampf Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen Eure Verbündeten befinden sich im Kampf Boah, der Piellinge Von Widomite und Baillinge Mit Kit Kit will's sagen Das Spiel ist doch fast vorbei No Nein Ich sag mir du mal ein Hatte die Gold schon Ja, das ist echt scheiße. Nicht genügend Energie. Also die Goldheit der Terranor, der hat aber halt dafür nichts weiter. Er zackert halt alles nur. Das war gut. Wollen wir langsam einen Go machen, oder? Das sind die Goldaufene gleich. Aber du gehst schon rüber mit deinem. Ja, langsam halt. Ja. Kommen sie jetzt wunderbar. Ja, Aliens. Werden angegriffen. Metamorphose abgeschlossen. Das ist gut, dass er den Scan versaut. Ja, das sind die Zweite von hier. Ja, ich bin jetzt noch nicht vor. Wo ist er los? Ja, ich bin gleich mit dem Weg. Die haben viel ne? Ich weiß Nicht mehr viel Aber halt Panzer Na, die Länge kommen hier an Die Länge Die Länge? Ja, auch mit dabei Ruf, ja Lass mich, ich komme Ich komme zum drüben Weg Dann drauf Und Extrapolierung Der Kampfesruhm wird dein Leben sein Und da ist es gut, wenn du vollschmeißen kannst. Da stehen wir mitten im Panzer dran. Kann gleich, wenn ich vollschmeißen kann. Mach das. Genau, jetzt können wir das. Extrapoliere Steine. Ich verstehe. Der Lied ist klar. Kann nicht schmeißen, ich kann nichts machen. Ich habe alles verloren, oder? Ja. Die haben auch eine Base verloren. Müssen Truppen sammeln. Ich habe alles vernachlässigt, ne? Nicht nur du. Mineralienfeld erschöpft. Und uns jetzt das Gnickbrech ein bisschen. Oh Gott. Kann ich nur schmeißen. Kann drauf. Komm her, Jens von oben. Oh. Oh. Ah. Oh. Was ist denn? Schlecht aus. Ja, die Teile sind zu findlich. Sie müssen halt nur abhauen, dann haben sie schon gewonnen eigentlich. Der Kampf für's Ruhm wird untertitelt. Ich hab keine Monotenen Mineralien lüscht. Jetzt haben sie einfach nur gut ab. Jetzt stehst du natürlich mit deinem Viech in meinem Video im Weg. Ich hab keine Monotenen Mineralien lüscht. Ich hab keine Monotenen Mineralien. Ich hab keine Monotenen Mineralien. Ich hab keine Monotenen Mineralien. Was ist der Fehlendste? Ihr Pflicht ist mein Leben frei. Basis wird angegriffen. Ihr Verlag, der Kampfesruhe wird unser sein. Ja, ist vorbei. GG. Schade. Wir haben nichts bekommen, nichts gegeben. Ist das auch so? Wir haben 15 MMR verloren. Bei mir steht hier gar nichts. 15 bekommen, also die bekommen. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin, tschüss.